Arrre ihr Landratten! Willkommen in der Crew des Painting Pirate. Mein Name ist Captain Shortbeard. Painting Pirate ist ein Videokanal für Miniaturenmaler. Wenn ich anderen Leuten von meinem Hobby erzähle, sagen die meisten Dinge wie, so etwas könnte ich nie. Dafür fehlt mir das Talent. Aber dabei täuschen sie sich. Um eine Miniatur zu bemalen, benötigt man vor allem das Wissen über einige grundlegende Techniken und die Bereitschaft, diese ein wenig zu üben. Jeder kann das. Egal, ob es euch darum geht, das Graus einer Tabletop-Armee zu vertreiben oder weil ihr eine schöne Einzelminiatur auf einem dekorativen Sockel in Szene setzen möchtet. Wir werden versuchen, im Lauf der Zeit Tutorials für beide Interessensgruppen zu produzieren. Folgt einfach unseren Schritt-für-Schritt-Anleitungen und bald werdet ihr vom Anfänger zum Fortgeschrittenen. Hier seht ihr unser Video-Fenster. Dort erklären wir verschiedene Maltechniken und zeigen euch, wie ihr eine Miniatur Schritt-für-Schritt mit Farbe bedeckt. Damit ihr leichter nachvollziehen könnt, welche Farben verwendet werden, blenden wir bei Bedarf die Farbpalette ein. Die jeweils aktuelle Farbe wird durch eine leuchtend weiße Umrandung angezeigt. Außerdem geben wir euch Farbrezepte und Schritt-für-Schritt-Anleitungen mit an die Hand, um euch das Nachmalen und das selbstständige Anpassen der gezeigten Techniken an eure individuellen Projekte zu erleichtern. Wenn euch gefällt, was wir euch bieten, klickt auf die Like-Buttons unter unseren Blogbeiträgen bei Facebook oder YouTube, abonniert unseren Kanal und werdet somit Teil der Crew des Painting Pirates.